Ist erst seit der... Ja, stirb einfach! Was hattest du? Einen Herzinfarkt? Einen Schlaganfall? Salz im Getriebe? Ich weiß es nicht. Nein, ich sterbe! Ich sterbe! Sterbi nicht, Sterbi! Sterbi nicht, Lara! Sterbi nicht! Sterbi nicht! Sterbi. Steige aus dem Boot! Dreh den Swag auf! Was ist mit dir los, Lara? Bist du irgendwie vom Küchentisch gefallen? In den Tests? Und dann weckt das Hirn. Ja, ich hab es. Es tut mir leid, Herr Richter. Ich habe erst nach fünf Bissen gemerkt, dass das meine Tochter ist, die ich da esse. Och, nein! Nein, Lara, du sollst da hoch! Du sollst aber da hoch! Du sollst doch! Hast du das nicht gelesen? Ich hab's dir geschrieben auf WhatsApp, Twitter, Facebook. Du schreibst mir nie auf WhatsApp, Twitter, Facebook. Warum sollte ich auf Twitter, Facebook auf WhatsApp schreiben? Ist irgendwie so... Was ist denn selbst Facebook benutzt, lieber Twitter? Schreib da über WhatsApp. Jesus ist auch da. WTF sagt kein Chris. Lara will nicht sterben. Lara hat heute keinen Bock zu sterben. Von mir aus. Warum nicht? Nee, das ist... Das ist knallhart... Kann ich das wiederholen? Das ist knallhart Boden. Das ist einfach nur Boden. Moment mal. Hier... Ich bin gegangen. Das Boot. Ein Gemälde von Marconius. Von Helios. Ich verstehe nicht ganz. Bin kurz davor zu weinen. Was? Warum? A street. In the middle of a house. A... Nein. Es gibt hier eine Kletterwand. And after all. It's a Kletter wall. Maybe. It's gonna be the wall that saves me. Maybe it's the wall that shaves me. Probably the wall that rapes me. But after all. It's a Kletter wall. Das ist die perfekte Schelle. Das ist der perfekte Schlag. Hau am besten nochmal fester. Denk darüber gar nicht nach. Ich hab das Spiel besiegt. Also ich hab jetzt... Das... Ist leider gerade verbuggt. Aber normalerweise kommt jetzt so eine weiße Schrift. Wo Win steht. Ich hab jetzt gewonnen. Willkommen in Paris. Ich lebe doch. Was? Mach ich doch gern. Das ist der Level-Editor. Ähm. Wir schauen uns hier im Detail dieses Haus an. Kann ich... Kann ich denn hier wirklich nicht mehr raus? Ach man. Ich bin so weit gekommen. Fünf Meter fast. Kann ich nicht mit dem Raketenwerfer vielleicht mir einen Weg in das Level zurücksprengen? Sprengen. Nein. Ja nicht so. Lara ist übrigens da hinten. Da. Sie fliegt gerade. Soweit ich das sehe, fliegt Lara gerade. Oh cool. Wir können das Haus sogar von innen betrachten. Während wir selbst außerhalb des Universums sind. Ich... Die Leute sagten mir, ich kann alles werden, was ich sein will. Also wurde ich ein Haus. Das war's. Vielen Dank.